hey leute willkommen zu einer runde ttt auf dem hd.net server und ich hatte schon irgendwie geplant dass ich jetzt wäre aber nicht so random sondern dass ich zum beispiel eine ich werde drei runden machen jetzt wahrscheinlich nur zwei die dann extra einmal traiter einmal oder whatever man ist ja mal schauen ihr könnt ja dann abstimmen was ihr wollt ob ihr mehrmals traiter sehen wollt wir haben als detective also ich mag die an sich selbst ja ich weiß aber nicht wo das ist aber ich bin scheiße dass er kommt man die punkt jetzt aber jetzt allerdings frühere ttt war besser ich boxe kaputt so man schnell die pfeile ja okay komm ja bruh komm, den stengel uns aber warte, egal komm 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 schnell weg hier warum ist jemand oh Gott oh Gott nice, gut gemacht Kollege aber war Reri Wäre ich gut von dir so wollen wir einfach mal ein paar Pfeile rein ähm dann öffne ich wieder den Schwedershop oh jetzt hab ich jetzt hab ich ein Verdacht gekauft ne alter da ist ein Kollege von uns ähm ja wir sind die Letzten, easy easy to win nice okay, wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde bis gleich so Leute, da sind wir auch Spieler in der zweiten Round ich hab jetzt in der Reign-Tasse gedrückt äh okay was macht ihr damit den Mobben so ich schlage nicht kaputt, du hast kein Skindor Opfer ähm auf welcher Maps keine Ahnung äh Magical so ok so so zack ähm jo jetzt müssen wir noch warten 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 9 10 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10